Die Mutter A ist natürlich ein Düsseldorcher Mythos, das heißt sie ist durch ihre Art von Menschen und Kunstliebe zur Mutter der Künstler geworden und hat für Düsseldorf eigentlich den Schritt in die künstlerische Moderne getan als Galeristin und als sorgenvolle Hüterin der modernen Kunst in Düsseldorf. Und es ist schön, dass sie so jetzt hier 100 Meter von ihrem letzten Lebens- und Wirkplatz in die Altstadt zurückgekehrt ist.